2000 Grad und es wird immer heißer Mach den Piet nie wieder leiser Bitte? Der Piet Tihi, du hast Cleet gesagt Nein, ich hab Piet gesagt Ja, ja, genau Ich bitte dich Ich bitte dich Tihi, er hat Titi gesagt Hallo, ja, mein Mitspieler Willst du reden, wie ist er? Tuck aufs Brot weg Reins, geiles Folge 111 Schnaps Was? Mit dem Kinti Los, los Hast du Hast du schon wieder zu viel getrunken Oder was? Oh, ich steh auf der Kiste Das ist aber weit oben Kannst du auch nicht machen Oh nein Oh nein Nein, nein Hier ist ein Update Upgrade runtergerutscht Ich muss mal kurz sehen Ein Update? Ein Update runtergerutscht Ja, was hast du heute so geplant, hä? Erzähl mal Puh, frag besser nicht Okay Frag besser nicht Dann nicht Ich werde mich der Stahlproduktion widmen Was quasi bedeutet Dass ich vorher mal Eisen brauche Ja Und Kohle Kohle, Kohle, Kohle Ganz viel Kohle Musst du nicht noch Dings machen? Ja Musst du die Kohle nicht erst noch verhütten? Verhütten? Oder wie ist das hier bei dem Mod? Ich weiß es nicht Was bedeutet verhütten? Also verhütten nicht Wie heißt das? Verkoksen Verhütten? Verkoksen Ja, das ist eine gute Idee Aber ich brauche erstmal Eisen Ich gehe jetzt erstmal Bestandsaufnahme machen Wie viel Eisen wir noch haben So, Harvestor In meinem Golden Becker Folding Da ist nichts mehr drin Eigentlich Harvestor ist ja jetzt endlich fertig Ich glaube, ich habe meine Zuschauer schon genervt Mit dem Harvestor Das ist sehr gut möglich Aber ich glaube, es läuft jetzt alles Aber ich gucke sicher Willkommen in meiner Welt, sage ich mal Ich gucke mal runter Ja, Arsch Also das läuft, das läuft Die Autodürte Ja, Weins kriegt die ja nur 10, 20% Gut Eigentlich die Fässer hier sind überflüssig Aber man kann dann ja zwischendurch nochmal den Turbo anschalten Indem man auch Auf Leaf-Produktion umschaltet Bitte Turbo Der kriegt noch Wer noch? Solfuhr? Ja, der kriegt noch Der kriegt auch Kronen So, hier kommt Alter Schwede Also Holz Weizen Weizen und Karotten Ist gesichert Und Bummi auch Yay Ich packe mal ein bisschen was Können wir die Kondom-Produktion ja jetzt anfangen? Ja, genau Wow, gute Idee Und wer sticht die Löcher in die Kondome? Na, ich Sehr schön Sehr schön Sehr schön Okay, wir haben irgendwie gar kein Eisen mehr, oder? Vielleicht im Lagersystem Mal gerade reinflutschen Und, äh Gucken Äh, da Iron Da sind noch 36 Iron Ingalls Die nehme ich schon mal Oh, und noch 6 Eisenblöcke Das ist sehr gut Dann brauch ich gar nicht mehr so viel Eisen Da kommt der Scheiß jetzt hier rein Ja, obwohl Ausgezeichnet Rubber Settlings, ja Hm Ja Hm, hm, hm So Äh, ich habe B-b-b-b-b-b-b 70 90 Habe ich schon Das heißt, ich brauche noch ungefähr 1 Steak Eisen Das ist gar nicht so viel Das ist machbar Das ist machbar Ich packe mal so ein paar Dinge Die der Harvester für uns besorgt hat In unser Lagersystem Damit wir da auch Zugriff drauf haben Vom Lagersystem Wassen, wassen Ähm Rubber Holz Weizen Äpfel Rubber Rubber Saplings Rubber Und so weiter Hallo Oh, ich bin ein Idiot Ja Ich bin ein Idiot Blätter brauchen wir aber nicht Nein, wir brauchen keine Blätter Wozu brauchen wir denn Blätter? Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Nein Wollen wir nicht Brauchen wir nicht und wollen wir nicht Was wir brauchen Äh, vielleicht ein paar Sämchen Oh, geil Entschuldigung Was? Mal wieder mit mir durchgegangen Auf was war das Geil denn wird's zu oben Nix Okay Machst mir Angst Ähm Ich kletter wieder auf meinen Eisenhügel Dummdi dummdi dumm dumm Läuft jetzt Ich hab's wohl doch noch hingekriegt Letztes Mal Dann nehm ich mal Je 32 weg Hey Kinsy, ich kann von dir oben mein Haus sehen Oh, wunderschön Wo bist du? Ich seh dich auf der Karte Wo oben? Ja, ich bin Verschwindibus Ach du Schande Ich seh auch die Bums, 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 bums Es sieht lustig aus Weil ich die Oberen Äh Iron Ore Gravel Teile Gar nicht sehen kann Ich komm hier wieder runter Auf Info Ah, das ist noch crazy Jetzt siehst du mich auf der Karte wieder Ah, du hast ja sogar ein Crafting Terminal Ja, das ist gut Hattest du letztes Mal aber schon Ja, stimmt ja Stimmt, da war ja was So, Sticks da rein Crafting Terminal Was meint er? Ja, du hast nicht nur ein Access Terminal Du hast ein M.E. Crafting Terminal Hm, das ist doch kein M.E. Crafting Terminal Sondern ein Äh, das heißt doch anders Echt? Stelbar dran Stelbar dran Meinst du das, meinst du das ganz rechte? Ja Wie heißt das so? Ja, das heißt so Aber das hab ich doch als allererstes hier oben hingebaut Echt? Ja Aber, wenn man nur Zugriff drauf haben will aufs Lager Dann reicht ja ein Access Terminal Ja, aber das ist ja Kappes Ja, da hast du recht Das finde ich auch So, ich packe erstmal den ganzen Shit rein Und dann gucken wir mal wie viel Platz das vorbeite Copper Beach Sapling So, den Sludge-Tank packe ich da auch rein, weil keiner braucht den. Bitte? Will ich erstmal gehört haben. Sludge-Bucket auch. Was würden wir ohne Sludge machen? Ähm, kein Salz bekommen, okay, kein Salz bekommen. Das kriegt man anscheinend nämlich nur aus Sludge. Leather. Pop, 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 pop. Unser Diamanthammer ist bald futsch. Ein Bucket behalte ich noch. Hat nur noch ungefähr ein Viertel. Ist dann so, ne? Ist dann halt so. Kannst du machen nix, kannst du machen nix. Jetzt müssen wir mit Stonehammer auskommen. Warum? Wir haben doch noch genug Diamanten. Ach, stimmt eigentlich. Depp. Jihi, ich hab Depp gesagt. Er ist wieder so freundlich. Ja. Der Gute. Ja. So, wie leise haben wir jetzt wieder hier. 58. Das muss reichen, ja. Sehr schön. So, den Diamanthammer wieder schön in mein Iron Bag of Holding machen, damit er nicht verloren gehen kann, egal was passiert. Ja, so bin ich. Das packe ich mal nicht da. Immer vorausschauend. Ne. Leadstone Energy Conduit, weg. Raw Plastics, weg. Scheren, weg. Taumium Boss Zirotron, den behalte ich. Den kommt in mein Golden Bag of Holding. Das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. Ich hab dir ja auch einen verzauberten Golden Bag of Holding gemacht, ne? Du hast keinen normalen. Ne, ich hab den mit Reincarnating. Gut. Brav. Jetzt muss ich mal gucken, was ich für die Stahlproduktion noch brauche. Das war Sand. Gunpowder und Redstone, oder? Ja. Redstone vor allem. Hab ich nur noch 18. Wuiiii, Platsch. La da di, und la da da. La da di, la da da, la da di da da. Wo ist der Nutroka? So. Und der Pacoidra hat zu mir gesagt, wenn ich die Abzweigung hier gelb färbe, dann würde der das überall verteilen. Aber die gehen nur rot, grün und wieder farblos. Gelb geht nicht? Ne. Wieso geht kein Gelb? Nur, nur hier geht, glaub ich, gelb. Ja, da geht gelb. Und da hatte ich es auch schon mal probiert. Ich lass es mal so. Ach, beim Ausgang, ja. Warum hast du mir schon wieder Kortensaft übergeschmissen? Ich wollte, dass du... Hallo? Oh, man, du sollst halt nicht verdursten. Jetzt kann man hochreißen. Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir eben den Crushed Copper-Kram. So. Nein, nicht da reinschmeißen! Ich bin doch gerade am schmelzen. Oh. Ich mach noch nix. Ich bin hier gerade schwerer Eisen am schmelzen. Ich hab noch Copper-Aug-Revel. Das packe ich mal in die Kiste. Damit es nicht wegkommt. So. Hey. Hm? Du. Oh, Enderman. Apropos Kiste hier. Wo ist ein Enderman? Nach hinten. Ich schnapp ihn mir. Im McDonald's oder? Nee, außerhalb. Wo ist er? Oh, da. Der macht nix. Ha! Ey. Der hat sich nicht gewehrt, ne? Ganz komisch. Ich hab ihm zu viel Angst gemacht. Hol deine Kacke hier weg. Nachher leckt der Server wieder, du Spacko. Was für Kacke? Ich hab doch nichts. Ich hab doch was? Da ist nix. Außer die Kisten und den Karottensaft. Hast du nix dahin gelegt. Stimmt. Ach, ich dachte, du hättest das eingesammelt. Ah! Entschuldige. 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 Ja, ja, ja. Entschuldige. Sollte nicht von dir bemerkt werden. Fischis. Fischi, Fischi. Ja gut, jetzt wo der Harvester fertig ist, bin ich ein bisschen perplex. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich mach mir einen Hammer und hau auf Gras. Ja, aber dann bau vorher was drunter, damit es nicht wegfällt. Ich brauch erstmal Gras. Sonst wirst du keine Shards bekommen. Ja, das ist richtig. Raster, das wollte ich, genau. Wir haben keine Gras-Samen mehr? Da muss ich an Gras andocken. Das sollte doch kein Problem sein. Wo kommen Gras-Samen her? Aus Erde. Ich geh mal schnell ein bisschen Erde holen. Die ist wieder im Keller. Brauchst du auch einfach an Gras an. Wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem? Das Problem ist in der Bibliothek. Hast du eigentlich recht. Sand und Gunpowder brauchen wir noch. Ups. Limestone will ich nicht. Ich nehme lieber Couplestone. Gunpowder. Yeah. Auf Couplestone wächst aber kein Gras. Ich hoffe, das weißt du. Nee, das nehme ich, um unten drunter zu bauen. Ah, wo ist der Builders Wand? Wo haben wir den Builders Wand? Warte, ich guck mal in meinem Back-of-Holding. Nein, den hab ich, ah stimmt, den hab ich ins ME-System eingelagert. Okay, okay, hol ich mir. Ach, ich wollte sowieso mal überprüfen, wie voll jetzt der Server ist. Wie voll der Server ist? Oh, oh, oh. Was ist los? Oh, voll. Also, alles belegt. Einer ist voll und die anderen sind grün. Ah, ne, grün heißt? Ja, grün heißt Platz. Ja, komm, ich kann mal gucken. Ich kann mal nach meiner tollen Gerätschaft gucken. Ah, da kann man, ach Quatsch, ist erst der zweite angefangen. Naja. Alles gut. Alles gut, kannst dich wieder verzellen. Was ist das hier eigentlich? Alles gut. Alles gut, alles gut, alles wird gut. Ja, weißt du, wofür der ist? Ja, um Crafting-Rezepte einzubinden, nehme ich an. Nee, um Crafting-Rezepte zu erstellen. Okay, ja. Die du dann unten in die große Box einbinden kannst. Aha. Aha, 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 aha. Oh, very interesting. Oh, ja, oh, oh. Oh, mein Gott. Aha. Und dann will ich das Ding mal ausprobieren. Ich habe letztens auf der Singleplayer-Map einen gefunden. Da war ich ganz glücklich, weil wenn du nicht Agrarian Skies spielst und die Mod einfach so installierst, dann ist das Crafting kompliziert ganz, ganz kompliziert und du brauchst einen destabilisierten, irgendwas. Hä, wovon redest du gerade? Für den Builders Wand. Wenn du extra Utilities einfach so installierst, dann hast du ein anderes Crafting-Rezept. Okay. Und das ist ganz kompliziert mit dem Destabilized Ingnod oder so heißt der, glaube ich. Okay. Ja gut, das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der hier relativ elementar ist. Joa, das mag sein. Das nehme ich an. Wir müssen eigentlich auch mal unsere Insel hier ein bisschen erweitern, ne? Hm, ja, aber ich suche gerade... Ich weiß nur nicht wo und was und warum. Jetzt, wo habe ich denn meine Eimer? Sind die im goldenen... in meinem goldenen Sack? Naja. Iiiiih! Ich muss nämlich gerade noch mal einen Aufzug bauen, damit ich da unterkomme. Du kannst keinen Aufzug bauen? Äh, einen Wasseraufzug halt, ne? Ah, okay. Das ist blöd, dass man keine normalen Aufzüge bauen kann. Hm. Gibt's nur ein Splodum! Da läuft... Da haben wir dann fließendes Wasser und dann muss ich immer Pipi, wenn ich das höre. Niiiih! Hat Pipi gesagt! Pipi kann kassi! Da ist Pipi raus! Ne? Wie bitte? Was? Hähne Talker! Immer für einen Scherz zu haben! Am Wochenende, äh, dumm und dümmer gucken. Ach, Quatsch! Der Film ist einfach nur der helle Wahnsinn. Also, wer den ersten Film gemocht hat, darf den zweiten nicht verpassen. Du geile Scheiße! Nee, will ich überhaupt da hin? Da will ich gar nicht hin. Doch! Äh, ins Kino? Ja, mag sein, aber, ähm... Ich meinte, hier an der Stelle möchte ich gar nicht bauen. Ich möchte hinter unserem... Unsere Scheune, hinter der Scheune möchte ich bauen. So... So, gut. Da muss ich ja nur einen hinsetzen. Dann kann ich ja... Äh, da mehrere... Mahlerweise müsste heute auch schon die Stahlproduktion anlaufen. Aber bevor ich das tue, packe ich den Builder Swan, den ich gerade noch nicht brauche, und mein Schwert und die Kisten in meinen Sack. Ihhh! Eklisch! Er hat Sack gewagt! Kann ich auch gleich ein bisschen tiefer bauen für die Option eines Kellers. Na komm, ein bisschen schneller. Und damit! Also hier Luft holen, alles klar. Huiuiui, der Ofen brennt! Huiuiuiuiuiui! 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 Entschuldigung, manchmal geht's mit mir durch. Äh, manchmal? Manchmal, aber nur manchmal, hatte Toki eine auf die Fresse verdient! So theoretisch könnte ich jetzt einfach auch schon so tun. Ja, da komm ich ran. Bitte? Zack. 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 Zack, 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 zack. Äh, das Wasser wieder mitnehmen. So. Wie viel geht denn hier überhaupt rein? Ähm. Ähm. Ja, hab ich jetzt ja. Nehme ich, ich nehme an, ich hab da alles gemacht. Los, schneller, du! Kackofen! Ich brauch 2000 Grad! 2000 Grad, und es wird immer heißer. Und es wird noch heißer. Mach den Piet nie wieder leiser! Der Piet! Tihi, du hast Klieb gesagt! Nein, ich hab Piet gesagt! Jaja, genau. Ich pitte dich! Ich pitte dich! So, machen wir das bis dahinten. Dann sieht das schon aus. So, ist das richtig? du 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 hunk! Du 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 duh du 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 dens! Du du duu du duh! Ich hab hier viel zu wenig Sand! Du 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 du. Ich brauche mehr Sand! Du du dun du du! Moment. Nein. Du 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 du. Mach das lieber so. Wie wird 180 Grad? Und es wird noch heißer! Mach den Schmelzogen doch noch leiser. Was? Leiser? Hä? Man hört den doch gar nicht? Stimmt. Das ist nicht dein PC. Ja, aber ich habe ihn doch jetzt behoben, den Problem. Ja, der Kinzi hat nämlich ganz clever seinen PC gemutet. Er hat einfach den Stecker vom Ventilator abgezogen. Richtig, ja. Ich habe mir so gedacht, ach, wozu denn Ventilator? Ich bitte dich. Mach nur den Arm. Es ist Winter bald, also wirklich. Ja, das wäre geil. Einfach den kompletten Tower im Winter rausstellen. Auch eine Idee. Wo ist denn überhaupt der Kinzi? Nein. Ach, das Ding ist echt genial. Nein. Wo ist er? Kinzi, wo bist du? An der Spitze des Kreuzes. Was jetzt zu einem Kreuz geworden ist. Was für ein Kreuz? Er ist jetzt erst zu einem Kreuz geworden. Okay. Dann gehe ich mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, was für ein Kreuz er meint. Hinter der Scheune. Ach, du bist da am Anbauen? Ja. Ich mache hier eine kleine Grasfläche, damit ich Shards produzieren kann. Aber tu die vorher einzäumen, falls was drauf spawent. Ähm, einleuchten kann man nicht hier. Einleuchten. Was? Einleuchten? Das ist ganz schön einleuchten, ne? Ach so. Ja, einleuchten auch. Wir müssen... Oh, aber wenn wir Kühe kriegen, das wäre super. Dann können wir nämlich endlich hier auch mal Kühe drauf machen. Haben wir nicht? Die uns dann hoffentlich nicht geklaut werden. Nö. Aber da hinten haben wir Kühe. Wir können die doch herlaufen. Ach so, ja. Können wir auch. Blick. Hm, nee. Keine Fackeln hier, nein. Auf, auf. Oh, ich muss was essen. Ich kann schon nicht mehr laufen. Sag mal, ich muss schon wieder was essen? Wie kommt das? Ähm, vielleicht bist du einfach verfressen heute. Ja, ich glaube auch, doch. Ich glaube auch. Gehen wir noch mal gucken, hier, wie es mit der Schmelze aussieht und mit Stahl und so. So, satt. Jetzt kann ich wieder laufe. Ich schmelze ja toll. Ich muss den hässlichen Baum hier mal wegnehmen, das geht ja gar nicht. Aber erst muss ich hochklettern und den Kabel da wegnehmen. Ding! Der erste Stahlblock ist fertig. Juhu! Ähm, nee, da auch nicht. Ähm, sowieso. Sind die jetzt Fackeln im ME-System, oder? Ähm, keine Ahnung. Guck nach, ich weiß nicht, was ich alles reingemacht hab. Ähm, Torch. Ja, 22 reicht locker. Naja. Nehme ich. Nehme ich. Ähm, was brauche ich noch? Ich hab das, ich hab das. Die Gießkanne ist in meinem goldenen Sack. Iiiiih! Nein. Ähm, dadadadada. Oh, wir müssen ein bisschen Zeit sparen, wenn wir ein bisschen rumhüpfen. Bada bada bu. Bada bim bu bam. Mau. Ey, was, was, was? Das ging aber schnell mit dem Steiß spawnen und ich hab mein... Naja, nehmen wir die Pickaxe. Oh, die macht auch gut Aua. So, jetzt aber schnell leuchten. Ähm, oh, das ist auch eine effektive Art und Weise auszuleuchten. Alles da hinten. Guck, guck Pakoitra. Was? Steht auf gelb. Roundrobing. Aber geht alles da hinten rein. Redest du mit mir? Nein, mit Pakoitra. Ach so. Hasse es. Okay, das Gute ist, das System ist relativ flott. Deswegen macht es nicht so viel aus, aber... Ah, ist halt ärgerlich. Ach, machen wir da auch was runter. Schadet nicht. Kann ich da auch noch Roundrobing machen? Nö. Du, 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 du. Wiii! Oh, mein Jetpack ist fast schon wieder leer. Ach, wie praktisch. Wie praktisch ist das bitte? Ich glaube es nicht. Was passiert? Der Builder's Warmed. Der ist ja noch besser, der ist ja noch besser als die Towncraft-Version. So, jetzt... Du, 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 du. Da hätten wir ja auch eigentlich gleich ein Hämmerchen machen können. Und dann hau ich mit dem Hämmerchen mein Sparschwein, mein Sparschwein kaputt. Ja, kaputt. Oh, wir müssen, wir müssen Abmord machen, denn die Zeit ist wiederum dumm, dumm, dumm. Es war schön mit euch. Also ich muss echt sagen, nur Toka, mit dir macht das ja so viel Spaß. Da geht die Zeit ja wie im Fluge vor. Jetzt aufhören. Halt die Fresse, Kinzi. Oh, kleines Aschwein. Nein, nein, ich liebe dich auch. Er hat einfach ein Loch in den McDonald's gerissen. Ja, da müssen noch ein paar Covers hin. Äh, gut, also, ähm, 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 macht's gut, Leute, und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Kannst du mal die Fresse während der Abmord halten? Danke, jetzt sagst du tschüss. Äh, tschüss. Ciao. Töte dich. Es ist eine alte Eingewohnheit von mir. Was, dazwischen zu reden? Ja. Ich brauch nen Hammer. Dann mach die Anmord. Drei, zwei, eins.